Den Aktienmarkt kann man in zwei Gruppen teilen. In die Value-Aktien, also die Substanzwerte, und in die Growth-Aktien, die Wachstumswerte. Und es macht einen Unterschied, in welche der beiden Gruppen du investierst. In diesem Video zeige ich dir den Unterschied und wie du in deinen Investmententscheidungen davon profitierst und welche Risiken du dabei kennen musst. Wie immer aus wissenschaftlicher Perspektive. Mein Name ist Daniel vom GetCommer-Team. Viel Spaß beim Video. Mit Value-Aktien gemessen am MSCI All Country World Index Value hättest du im Jahr 2022 ganze 22% mehr verdient oder weniger verloren als mit Growth-Aktien gemessen am All Country World Index Growth. Doch in den meisten der 10 Jahre zuvor war es umgekehrt. Da hatten die Growth-Aktien die Nase vorn. Investorinnen wie Cathy Wood wurden berühmt und Unternehmer wie Frank Thelen starteten ihren eigenen vor. Doch wie verhält es sich langfristig? Macht es einen Unterschied, ob du in Value-to-Growth-Aktien investierst? Und weiter gefragt, wenn es einen Unterschied gibt, warum kann es so einen Unterschied überhaupt geben? Wenn es jeder weiß, würde es doch jeder tun, oder? All diese Fragen möchte ich in diesem Video beantworten. Starten wir mit den Basics. Was ist eine Value-Aktie? Eine Value-Aktie ist eine günstig bewertete Aktie. Günstig heißt, dass der Preis der Aktie niedrig ist im Vergleich zu ihrem Fundamentalwert. Die bekannteste Kennzahl in der Literatur ist Price-to-Book. Zu Deutsch Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und anhand dieser kann ich den Aktienmarkt aufteilen. Mit Price bzw. Kurs ist der Preis der Aktien, also der Marktwert des Eigenkapitals einer Aktie gemeint. Und mit Book bzw. Buchwert ist der Buchwert des Eigenkapitals, also das, was in der Bilanz steht gemeint. Hoher Buchwert des Eigenkapitals der Aktien im Verhältnis zum Preis. Oder andersherum ausgedrückt, günstiger Preis je Einheit Buchwert des Eigenkapitals bedeutet günstig und damit Value. Zur besseren Veranschaulichung machen wir ein kleines Quiz. Auf der rechten Seite haben wir die Unternehmen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Tesla. Auf der linken Seite ExxonMobil, UnitedHealth, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway und Procter & Gamble. Jetzt die Quizfrage. Ordne die beiden Gruppen in Value und Growth ein. Ich denke, ohne auf die Fundamentalkennzahlen schauen zu müssen, ist sofort klar, welche der Aktien davon aktuell. Das kann sich über die Zeit auch ändern. Eine Value-Aktie und was eine Growth-Aktie ist. Schauen wir mit einem Datenbeispiel auf die Langfristrenditen. Hierzu gibt es natürlich bereits viele Studien, aber nehmen wir einfach mal den Datensatz aus der Data Library von CanFrench und schauen uns ein paar Zahlen an. Der US-Aktienmarkt wird in verschiedene Gruppen, Quantile genannt, je nach Bewertung der Aktien unterteilt. Wir nehmen deshalb US-Aktien, weil sie am längsten zurückreichen. Quellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Von 1926 bis 2023, also über knapp 100 Jahre, hatten die 20% der Aktien mit dem niedrigsten Kursbuchwertverhältnis, also die Value-Aktien, ca. 3,2% Punkte pro Jahr höher rentiert als die 20% mit dem höchsten Kursbuchwertverhältnis. Diesen Vorsprung für Value nennt man die Value-Prämie. Über lange Zeiträume macht das einen riesigen Unterschied. In der eingeblendeten Grafik siehst du den Verlauf über diesen Zeitraum. Wichtig hier, die Grafik ist logarithmisch skaliert. Wenn du links auf die Werte schaust, wachsen die jeweils um den Faktor 10. Aus einem US-Dollar in den Value-Aktien wären rund 150.000 US-Dollar über diesen Zeitraum geworden. Bei den Growth-Aktien nur rund 10.000 US-Dollar. Die Werte sind hier einschließlich der Inflation, ohne wären sie niedriger, aber relevant ist hier der Unterschied der Werte. Kurz zu den Finance Basics. Um den Hintergrund der Value-Prämie zu verstehen. Der Preis einer Aktie bestimmt sich durch die zukünftigen Cashflows abgezinst mit einem Risikofaktor. Der Risikofaktor ist die Rendite, die ich über die Zeit erwarten kann. Die Gleichung kann man auch umstellen. Heißt also, angenommen, zwei Aktien erzielen die gleichen Cashflows, aber eine hat den niedrigeren Preis, dann hat diese auch die größere Renditeerwartung. Natürlich, das war jetzt sehr vereinfacht und das Problem ist die Unsicherheit über die zukünftigen Cashflows, aber es soll die Theorie hinter Value-Investing veranschaulichen. Je günstiger ich einen Euro-Gewinn einkaufe, desto besser. Wie immer bei GetCommer möchten wir so neutral wie möglich Wissen vermitteln. Deshalb jetzt zur Kritik an der Value-Prämie. Zwar nicht aus wissenschaftlicher Literatur, aber dafür umso mehr öffentlichkeitswirksam, hören wir aus der Tech-Szene von Unternehmern wie Frank Thelen im Kern in etwa folgende Argumentation. Es kommt darauf an, in Unternehmen zu investieren, die eine besondere Technologie haben, die alte Märkte herausfordern und exponentiell wachsen. Damit ist klar, dass solche Definitionen auf Growth, also Wachstumsunternehmen, zugreifen und genau nicht auf die Value-Aktien. Und die Story klingt gut und intuitiv, aber wie ist sie zu bewerten? Vorweg, auf unternehmerisches Handeln trifft das zu. Für Investitionen am Kapitalmarkt aber genau nicht. Neben dem Wachstum ist immer der Preis entscheidend, den du dafür bezahlen musst, wenn du solche Aktien kaufst. Und ob sich die Erwartungen an das Wachstum auch erfüllen. Dann gibt es noch die Aussage, die Welt ist heute eine andere als vor 10 oder 20 Jahren. Schon da auch, aber es ist ein Fehler zu glauben, dass der technische Fortschritt so schnell ist wie noch nie. Hightech gab es früher genauso wie heute. Rückblickend sieht immer alles langweilig aus, was bisher entdeckt und erfunden würde. Doch tatsächlich waren die früheren genauso bahnbrechend wie heute vielleicht das Thema künstliche Intelligenz. Was war das früher? Die Eisenbahn, der zivile Flugverkehr, das Telefon, die Kamera. Klingt heute super langweilig, aber damals eben nicht. Das Internet und die New Economy. Die damalige Aussage, das Internet ändert alles. Damit gelten auch nicht mehr die alten Kennzahlen zu Unternehmensbewertungen, sondern neue Regeln und Gesetze. Es zählt nur noch Wachstum wie Klickzahlen. Wie ging alles aus? Ja stimmt, das Internet hat alles geändert, aber alles andere stimmt eben nicht. Wer sich zurückerinnert, die New Economy Blase platzte und es folgte der große Crash der Growth Unternehmen. Zur Frage, ob Hightech-Aktien langfristig höhere Renditen erwirtschaften, gibt es bereits ein Video, das wir dir verlinkt haben. Die Kürzantwort lautet übrigens, nein, haben sie nicht. Gelegentlich wird in Frage gestellt, ob das Kurs-Buchwert-Verhältnis noch die richtige und aussagekräftige Kennzahl ist. Allerdings ist es schwer sagen zu können, dass andere Kennzahlen in die Zukunft gerichtet besser funktionieren. Wie auch immer, das Problem lässt sich darüber lösen, indem man weitere Value-Kennzahlen wie Gewinne oder EBITDA ebenfalls ins Verhältnis zum Preis setzt. Ein weiterer kleinerer Kritikpunkt an Value-Aktien ist, dass sie zwar günstig sind, das aber aus einem guten Grund, weil die besonders starken Value-Titel häufig unprofitabel sind und wenig Geld verdienen. Es besteht die Gefahr in der sogenannten Value-Trap, gefangen zu sein. Für einzelne Aktien kann das zutreffen, nicht aber für den breiten Value-Markt. Und die geringe Profitabilität lässt sich auch lösen, wenn du neben Value allein noch weitere Faktorprämien, wie insbesondere Profitability, berücksichtigst, um die beiden Probleme auszuschließen. Ebenfalls eine gute Kombi ist Value und Small Size. Bei den Small Caps wirkt Value besonders stark. Einfach, weil es die Small Cap Growth-Aktien sind, die systematisch zu unteren Lieden führen. Natürlich nicht jedes Jahr und nicht jede Aktie, aber im Schnitt für dieses Segment. Zu den weiteren Prämien folgen weitere Videos. Daher gerne den Kanal abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Jetzt zum Hauptkritikpunkt, der sogenannte Post-Publication-Bias. Was ist das? Nachdem eine Prämie identifiziert wurde und diese auch publiziert wurde, in anderen Worten, sobald jeder weiß, dass ich mit einer bestimmten Strategie mehr verdienen kann, könnte sie verschwinden. Jetzt kann ja jeder seine Anlageentscheidungen anpassen. Die Prämie ist nun seit gut 30 Jahren publiziert und über diesen Zeitraum war die Prämie auch geringer. In unserem Beispiel hier nur noch 1,5 Prozentpunkte. Wenn man 2022 ausklammert, noch weniger und auch nicht mehr statistisch signifikant. Gleichzeitig kann man aus den Daten nicht schließen, dass die Prämie statistisch signifikant verschwunden ist. Auch wenn die Prämie seit Bekanntwerden geringer war, gab es sie noch. Was man auch in den Daten sieht, ist, dass sie, wie andere Prämien auch, in den Small Caps stärker wirken als in den Large Caps. Zu Small Caps haben wir bereits ein Video produziert und dir verlinkt. Was gilt nun für die Zukunft? Allgemein sollte man immer vorsichtig sein, wenn man aus empirischen Daten Rückschlüsse für die Zukunft ziehen will. Um das zu tun, muss neben der empirischen auch eine theoretische Grundlage gegeben sein. Ein Beispiel. Angenommen, alle Aktien, die mit dem Buchstaben A bis M anfangen, hatten in den letzten 120 Jahren höhere Renditen als die mit N bis Z. Was folgt daraus für die Zukunft? Nichts. Neben den Daten braucht es immer auch gute Gründe, um Vertrauen für die zukünftige Entwicklung zu haben. Zurück zu Value. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, kann eine Value-Prämie fortbestehen, auch wenn sie bekannt ist? Und hier lautet die Antwort, ja, kann sie. Und zwar aus Risiko- und verhaltensbezogenen Gründen. Value-Titel sind Unternehmen, die gewöhnlich nur langsam wachsen. Das macht sie anfälliger für Krisenzeiten und damit riskanter. Wenn ich also in ein Value-Unternehmen investiere, trage ich das Risiko, dass es wahrscheinlicher in finanzielle Engpässe und Schwierigkeiten kommen kann. Das macht Value-Aktien zyklischer und riskanter. Außerdem haben Value-Aktien eine geringere Duration als Growth-Aktien. Geringere Duration heißt, dass sie viel von der Cashflow-Entwicklung in der nahen Zukunft, also den nächsten, sagen wir, 5 Jahren, hängt und weniger an dem, was einmal in 20 Jahren plus erwirtschaftet wird. Sinkt nun der Cashflow kurzfristig, hat das eine stärkere Auswirkung bei Value-Aktien. Und Investoren wollen für dieses Risiko sich ändernder Cashflows in Form einer höheren Rendite vergütet werden. Interessanterweise sehen Investoren das Risiko sich verändernder Cashflows gewichtiger als das Durationsrisiko, das sie bei Growth-Aktien haben. Neben den risikobasierten Gründen gibt es die verhaltensbasierten Gründe. Investoren tendieren dazu, Aktien zu bevorzugen, die schneller wachsen. Besonders stark ausgeprägt ist das bei Privatanlegern. Wir erinnern uns an das Beispiel von Value- und Growth-Aktien. Die genannten Growth-Titel wie Apple, Amazon oder Tesla sind beliebter und bekannter. Viele Investoren hoffen hier in das große und auch nächste hippe Ding zu investieren. Gleichzeitig gelten die Value-Aktien als sowas von boring und old economy. Bei der Cocktail-Party ist es einfach die bessere Story von Tesla zu erzählen als von ExxonMobil oder noch besser von einem völlig unbekannten Small-Cap-Value-Titel, den keiner kennt. Value-Aktien sind einfach nicht sexy genug. Außerdem scheinen Investoren das Wachstum von Growth-Aktien systematisch zu überschätzen, wobei wir wieder bei der New Economy und Internet-Blase wären. Die verhaltensbezogenen Gründe klingen banal und trotzdem sind sie verbreitet. Natürlich unterliegen nicht alle Investoren diesen Bias. Der Teil, der nicht diesen Bias unterliegt und gleichzeitig bereit wäre, dieses zusätzliche Risiko zu tragen, was nicht alle wollen, können teilweise trotzdem nicht eine Value-Strategie umsetzen. Ein institutioneller Fondsmanager, der an der breiten Marktrendite gemessen wird, kann diese zuverlässig liefern, wenn er genau in den Markt investiert. Tut er das nicht, wird er zwangsläufig von der Marktrendite abweichen. Langfristig nach oben, aber kurz und mittelfristig kann er genauso gut nach unten abweichen. Und wenn er seinen Job nicht unbedingt verlieren will, wird er sich bemühen, möglichst nahe am Markt zu bleiben. Fassen wir die Gründe für die Value-Prämie nochmal aus einer anderen Perspektive zusammen. Wenn ein Teil der Investoren in Value investieren will und dabei mehr Rendite erzielen, muss es immer genauso viele auf der anderen Seite geben, die in Growth investieren. Also Investoren, die bereit sind, genau in die anderen Aktien zu investieren. Und wer würde so etwas tun? Investoren, die Renditen von Growth-Unternehmen verfolgen, weil sie bisher gut gelaufen sind. Investoren, die Growth-Aktien einfach attraktiv finden. Oder Investoren, die die Risiken von Value-Aktien nicht tragen wollen. Also die vorher genannten Gründe, nur von der anderen Seite. Näher nachlesen kannst du die verschiedenen Gründe in den verschiedenen wissenschaftlichen Papern, die wir dir in der Beschreibung verlinkt haben. Und zuletzt kann man sich noch die relative Bewertung ansehen. Also wie günstig Value ist und wie teuer Growth ist im Vergleich zum langfristigen Mittel. Um behaupten zu können, dass die Prämie in Zukunft vermutlich nicht mehr greifen könnte, sollte sich die Bewertung angenähert haben. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie folgende Grafik von AQR zeigt. Die Grafik zeigt von 1990 bis Ende 2022 die Abweichungen in der relativen Bewertung. Werte oberhalb von 0 bedeuten, dass die Value-Aktien relativ zu den Growth-Aktien günstiger sind im Vergleich zum historischen Mittelwert. Ein Wert unterhalb der 0 heißt dagegen übersetzt, Value ist vergleichsweise teuer. Damit keine Missverständnisse entstehen, Value ist immer noch günstiger, aber relativ im Vergleich zum historischen Mitte nicht unterdurchschnittlich günstig. Aus erwarteter Rendite sich kann man sagen, dass die in die Zukunft gerichtete erwartete mehr Rendite von Value-Aktien im Vergleich zu Growth-Aktien höher ist, je günstiger bewertet, also je weiter oben in der Grafik. Und trotz der drastischen Value-Out-Performance in 2022 ist Value immer noch so günstig bewertet wie in 2000, während der Dotcom-Zeit. In anderen Worten, der historisch gesehen hohe Renditeunterschied gibt Vertrauen, dass die Prämie auch in den nächsten Jahren grundsätzlich da ist. Summa summarum halte ich die Value-Prämie für plausibel und erstrebenswert. Die Wissenschaft ist sich zwar nicht zu 100% einigend, es gibt Kritik, aber es herrscht ein weit verbreiteter Konsens von der Mehrheit, dass es die Prämie gibt. Aber Achtung, wie bei jeder Prämie kann und wird es längere Zeiträume der Unterperformance geben. Diese lange Phase der Unterperformance von Value von 2007 bis Ende 2020 war auch der Grund für die aufkommende Kritik, die ich aufgrund der vorhandenen Literatur mit theoretischer und empirischer Grundlage allerdings nur in Teilen, Teile. Daher wichtig, um von so einer Prämie belohnt zu werden, brauchst du einen langen Atem und musst solche Phasen der Unterperformance aussitzen können. Kannst du das nicht, solltest du es besser gar nicht in Aktien investieren, sondern bei der risikofreien Anlage, also einem Tagesgeldkonto innerhalb der staatlichen Einlagensicherung oder super sicheren Staatsanleihen mit der höchsten Bonität bleiben. Denn auch der breite Aktienmarkt an sich liefert immer Phasen mit Renditen unterhalb der Sparbuchrendite und diese waren in der Vergangenheit tatsächlich vergleichbar in der Häufigkeit Dauer und Höhe, nur eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Heißt also, zusätzliche Prämien wie Value abzugreifen, kann dein Risiko über einen gegebenen Zeitraum am Aktienmarkt negative Renditen zu erwirtschaften sogar verringern. Heißt wiederum, wenn dein Anlagehorizont langfristig ist, kannst du eine Value-Strategie im risikobehafteten Teil deines Portfolios verfolgen. Dazu gibt es bereits einige Value-ETFs. Noch besser wird es aber in Kombination mit anderen Faktorprämien, wie wir das in unserem Robo-Advisor-Gert-Komma-Capital tun. Bei Gert-Komma-Capital werden die am besten nachgewiesenen Faktorprämien weltweit berücksichtigt. Weitere Infos zu Gert-Komma-Capital, aber auch zu den anderen Umsetzungsmöglichkeiten von Factor Investing haben wir dir verlinkt. Mehr zu den anderen Faktorprämien in den nächsten Videos. Würdest du dich selbst als Value- oder Growth-Investor bezeichnen? Schreib es uns in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Feedback wie immer gerne. Um uns zu unterstützen, freuen wir uns auf ein Like und Abo des Kanals. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.